Was ist der Formidablen Projektfonds? Ich finde, der Formidablen Projektfonds ist ganz richtig, wie Europa funktioniert. Die Vielfalt, die unterschiedliche Mentalitäten, die Kulturen, die Sensibilitäten, die Führerdehler, das ist alles dran an dem Steck. Natürlich ist auch das Engagement von den Akteuren, aber auch die Jungen, die das Publikum hat. Ich finde, das ist eine ganz flotte Erfahrung. Ich finde, das Engagement hat mir gut gefallen. Dass ich noch kein Wappers-Abbau und der Ausbaufähiger ist, dass die kritischste Mann umgehen, das sieht man ja auch. Wir fallen ja auch noch lange, das ist alles gut. Aber trotzdem ist es nicht gut, dass es gescheitert. Wir gehen raus oder wie auch immer. Wir haben wirklich all seinen Ersatz für die Werte, die wir machen, die Solidarität. und sie weiterfühlt spielen zu lassen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich keinen... Was ist das?